Servus, heute bei Innsbruck und jetzt geht es den Arzla Trail nach unten, der uns direkt nach Innsbruck führt. Heute ein bisschen verregnet. Jetzt schauen wir uns den mal an. Jetzt geht es erstmal runter bis zu Alm auf den Forstweg und dann geht es rein in den Trail. Links sieht man jetzt die Arzla Alm, die wir aber liegen lassen, da es regnet und wir stellen auf den Trail. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 « Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020